Guten Tag zum Erklärvideo von Gut dir Lehrer der Leser in Gallen. Ich heiße Nina Jäger und mache hier meine Ausbildung zur Bekleidungsgestalterin im ersten Lehrjahr. Ich wollte Ihnen heute zeigen, was man beim Kauf eines Mantels beachten sollte. Haben Sie schon mal ein solches Kreuz an Ihrem Mantel entdeckt und sich gewundert, welchen Zweck es erfüllt? Es ist ganz einfach dazu da, dass der Schlitz sich beim Transport nicht öffnet und der Stoff zerknittert oder gar reisst. Dadurch wird der Transport von der Fabrik bis in das Geschäft erleichtert und nach dem Kauf kann man es ganz einfach entfernen. Der Schlitz ist dazu da, dass man ungehindert gehen kann. Falls der Schlitz jedoch von einem Kreuz zugehalten wird, könnte dieses Gehen beeinträchtigen. Da wir jetzt wissen, dass das Kreuz seine Aufgabe bereits vor dem Kauf erledigt hat, kann man es ohne schlechtes Gewissen entfernen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank.